Herr Gadola, Straumann ist seit Anfang Jahr organisch um 18% gewachsen und erwartet neu auch für das Gesamtjahr ein Wachstum im oberen 10%-Bereich. Derzeit also keinerlei dunkle Wolken am Horizont? Nein, zurzeit eigentlich alles auf grün. Natürlich können wir die konjunkturale Entwicklung weltweit nicht beeinflussen. In Lateinamerika macht Ihnen die Währungsschwäche in Brasilien und Argentinien zu schaffen. Haben Sie diesbezüglich schon Massnahmen ergriffen? Wir glauben sehr an die Zukunft dieser beiden Märkte. Jetzt wird auch ein neuer Präsident ins Amt gesetzt in Brasilien. Wir glauben, dass das die Wirtschaft dann wieder ankurbeln wird, auch was die Währung betrifft, dass die Währung wieder stärker wird. Argentinien ist auch ein Land mit grossem Potenzial. Wir sind in beiden Märkten mit unseren eigenen Tochtergesellschaften vertreten. Natürlich macht uns die Währung zu schaffen. Massnahmen, die wir konkret ergriffen haben. In Argentinien haben wir gewisse Positionen aus Argentinien nach Chile verlagert, um dort eben entsprechend dieser Währungssituation Rechnung zu tragen. Innerhalb der Gruppe gewinnt auch das digitale Geschäft weiter an Bedeutung. Wo liegen die Prioritäten bei der Weiterentwicklung dieses Geschäftsfelds? Ganz klar zwei Prioritäten. Die weitere Entwicklung unseres eigenen intraoralen Scanners unter der Marke Dentalwings Straumann. Und das zweite die Fertigstellung des vollintegrierten digitalen Arbeitsablaufes für Zahnärzte. Und wo schätzen Sie, steht Ihre Branche bezüglich Digitalisierung? Das ist eine interessante Frage. Das hängt von Praxis zu Praxis ab. Es gibt Praxen, die bereits mit 3D-Drucktechnologie arbeiten, die bereits Artificial Intelligence im Einsatz haben. Und auf der anderen Seite haben Sie die ältere Generation von Zahnärzten, die arbeiten noch absolut traditionell, ich sage mal ein bisschen salopp gesagt, steinzeitmässig, mit konventioneller Abdrucknahme, Löffel, ans Labor schicken, Gipsmodelle. Also da sieht man ganz verschiedene, sage ich jetzt mal Reifegrade, was die Adaptierung neuer Technologien betrifft. Also haben Sie diesbezüglich auch noch Überzeugungsarbeit zu leisten? Das kommt automatisch. Die junge Generation der Zahnärzte, die versteht die neuen Technologien, die wollen digital arbeiten, die wissen, das ist effizienter, ist besser für die Patienten, ist präziser. Und da müssen wir eigentlich einfach die entsprechenden Lösungen zur Verfügung haben.